Guten Abend, good evening, so schön wieder mit euch zusammen zu sein, zusammen zu kommen in Gesang, mit Mantras und in Meditation. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. So wonderful to be connected with you, to be connecting tonight with you on this special full moon night and to sing the mantras and being in the spirit of prayer and meditation. Ja, um mit diesem besonderen Vollmondabend, heute Nacht ist es Vollmond, miteinander zusammen zu sein, in Gebet, in Meditation, über unsere Gesängen mit Mantras. Ich herzlichst eingeladen, ich freue mich, dass du dabei bist und ich möchte mal wieder herzlich danken für alle Spenden, die mich immer wieder zufließen, selbst in diesen Auszeit, worin ich wenig Livestreams machen, sehr wenig im Sommer gemacht habe. Und es trotzdem wird gespendet und das tut sehr gut, das freut mich sehr und das brauchen wir auch, damit es weitergeht und auch damit ich wieder neue Musik kreieren kann. Und ich kann sagen, ich bin diesen Sommer schon wieder mit neuer Musik beschäftigt gewesen und eine neue Mantras-CD nimmt langsam in sich Form an, aber ich kann nicht versprechen, dass es in diesem Jahr noch herauskommt. Ich möchte mich selbst keinen Druck machen, aber wer weiß. In jedem Fall wollte ich damit sagen, danke, auch eure Spenden werden auch dafür benutzt, dass das möglich ist, dass ich damit weitermachen kann und Musik und Studio und so weiter arrangieren kann. Herzlichen Dank. I was just saying thank you so much for the support, also with donations. It makes that I can continue to create this kind of music. I'm working already again on a new Mantras-CD. Ja, und heute mit Vollmond, es ist ein besonderer Vollmond, sagen viele Menschen, für mich ist jeder Vollmond energetisch sehr stark und wirkungsvoll, um nach innen zu gehen. Und auf diesen abenden Tagen sind sehr viele Menschen in der ganzen Welt, in Meditation, im Gebet, treffen sich gemeinsam, so wie wir uns auch jetzt treffen, über den Livestream. Und lass uns, bevor die Musik losgeht, erst noch mal gesagt, das Programm von heute Abend, für diejenigen, für diejenigen, die neu sind, ist unten in der Beschreibungsbox und wenn du ein bisschen drunter scrollst, dann siehst du das Programm mit allen Texten von den Mantras und auch auf welches Idee es steht. Ich lade euch ein, uns ein, dass wir jetzt, bevor die Musik losgeht, einen Moment in Stille sind, uns vorstellen, dass wir miteinander mit so vielen Menschen jetzt im Herzen verbunden sind, uns verbinden, lichtvoll verbinden und auch mit in Meditation sind oder andere lichtvolle Ritualen, lichtvollen, hochschwingende Ritualen machen, um, ja, um mehr Licht in uns zu bringen, mehr Liebe auf die Erde zu bringen, miteinander. In diesem Kreis, wo wir uns bewegen hier in den Livestreams, ist so viel Liebe da und lass uns uns einen Moment das bewusst spüren, bevor die Musik losgeht. I invite you just to be a moment in silence and concentrate on, focus on that so many people now on this day, on this moment in the full moon evening are in prayer and meditation and opening their hearts for the divine light and spreading it all over the world and let us connect with all these people with all of us together so let us feel that we are joined all together in the spirit of love ok, ich fang an mit mit Mender of Hearts Vahe Guru, Vahe Jeeu Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aum Anandamai Chaitanya Mahai Satyamai Paramesha 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 Aum Anandamai Chaitanya Mahai Aum Anandamai Chaitanya Mahai Satyamai Paramesha Aum Anandamai Chaitanya Mahai Satyamai Paramesha Aum Anandamai Chaitanya Mahai Satyamai Paramesha Aum Anandamai Chaitanya Mahai Aum Anandamai Chaitanya Mahai Satyamai Paramesha Aum Anandamai Chaitanya Mahai Satyamai Paramesha Aum Anandamai Chaitanya Mahai Satyamai Aum Anandamai Chaitanya Mahai Satyamai Paramesha Aum Anandamai Chaitanya Mahai Satyamai Paramesha Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Servant of Peace ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Hebe sač, na neke o sebe isač. Ali sači, Če gade sači, Hebe sači, Na neke o sebe isači, Če gade sači, 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 Vielen Dank. 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 Aung Namo Gurudev. Es ist ein Kirtan. Ich singe zuerst und dann antwortet er. A Kirtan. I sing first and then you answer. That's my invitation. The rain is pouring down, like all the souls you send here. Coming to this earth. To find the earth to find the earth to find healing. Mother Earth. And I am coming home. And I am coming home. And I am coming home. 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 Om Namor, Goro de Namor Om Namor, Goro de Namor Om Namor, Goro de Namor Om Namor, Goro de Nam Om Namor, Goro de Namor 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 Goro de Goro de Namor Goro de Goro de Namor GURU DEV GURU DEV NAMOR OM NAMOR 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 GURU DEV 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 NAMOR Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aka... 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 A... Aka... A... Aka... A... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Narasimhaya Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Just be as it comes to me, I'm shining brightly, I'm allowing, easily allowing, all my dreams to be, in the right timing. I'm allowing, me to be me, I'm allowing, me to be free, I'm allowing my worth, I'm allowing, my brilliance, I'm allowing, my path, to unfold, now, before me, I'm allowing, everything to just be, as it comes to me, I'm shining brightly, I'm allowing, easily allowing, all my dreams to be, in the right timing. I'm allowing, me to be me, I'm allowing, me to be free, I'm allowing, my worth, I'm allowing, my brilliance, I'm allowing, my path, to unfold, now, before me, I'm allowing, everything to just be, as it comes to me, I'm shining brightly, I'm allowing, easily allowing, all my dreams to be, in the right timing. I'm allowing, me to be me, I'm allowing, me to be free, to be me. I'm allowing, me to be free, to lord, now, before me, I'm allowing, level, now, before me. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin. I am Light. I am Love. I am Truth. I am. Ich bin das Licht dieser Welt. Ich bin die Liebe dieser Welt. Ich bin die Wahrheit in dieser Welt. Ich bin. Ich bin die Licht dieser Welt. Ich bin die Liebe dieser Welt. Ich bin die Wahrheit in dieser Welt. Ich bin. Ich bin ein Selbstsouveränes, göttliches Schöpferwesen, und ich bin frei. Alles, was ich bin, ist göttliche Heilkraft. Alles, was ich bin, ist Absicht Gottes. Alles, was ich bin, ist göttliche Lebendigkeit. Ich aktiveere jetzt neu meine Heilkraft. All that I am is divine healing power. All that I am is the will of God. All that I am is divine living expression. I activate my healing power now. Und lass uns jetzt zum Schluss uns miteinander vorstellen, dass wir uns verbinden, dass wir uns verbinden, in den großen Kreis stehen, uns die Hände erhalten. Ein lichtvoller Kreis. Und möge das göttliche Licht und die Liebe durch unserem Herzen zueinander fließen. Wir stehen vereint. Let us imagine to stand in a big circle, all together with each other, holding hands. May the divine light and love flow through our beings and our circle. And may this circle join all the other circles of light, of human beings around the planet. Möge unser Licht in diesem Kreis sich verbinden mit die viele lichtvolle Kreisen und andere Menschen verteilt über die ganze Welt. United we stand. Lass uns vorstellen, dass wir durch diese Verbindung miteinander uns einander Kraft geben für uns tägliche Leben jetzt. Kraft und Liebe und Licht für unseren Alltag in diese Verbindung miteinander. Die bleibt. Let us imagine that we give each other strength through our love and light being connected in this circle so that we have the strength and power for our daily life. Ja, und damit werden wir diesen Livestream-Abend miteinander abschließen. in this way we will finish this evening with each other. Der nächste Livestream wird am kommenden Montag sein, 4. September. Der Link ist hier unten in der Beschreibungsbox direkt über das Programm. Und am Freitag kommt meine Newsletter raus und da wird der Link auch nochmal reinstehen. I will make the next Livestream-Concert with you together on coming Monday September the 4th. Look forward to seeing you there again. Lots of love. Ich freue mich euch da wieder zu sehen, zu spüren. Ich umarme euch jetzt mit meiner Liebe. Herzlichen Dank für eure Liebe und lichtvolle Präsenz. Alles Liebe. Beatspite. Oh ja, und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung mit Spenden vom Herzen. Und wenn ihr die Daumen hochklicken könnt, if you can click the thumb up, thank you very much. Thank you for your support. Bye-bye. Ciao, ciao.